Hallo liebe YouTube-Freunde, das Bauerhaus ist in Deutschland, Landhaus Ettenbühl, Bad Bellingen. Die Anne kauft sich jedes Jahr Rosen im Landhaus Ettenbühl von den Euros, die in unserer Blumenfeldkasse landen. Zurück zu den Pädenabschieden, an berserk. Die Angröte von den Kartenabschieden, Dörf, Hochschule, Körbüren und von Körbüren. Die Angröten hat echte Ausflühen in Deutschland gebot. Ja, wir sind erst mal organisiert. Untertitelung des ZDF, 2020